Mein Name ist Oskar Sotosch von der Firma Validas AG. Ich bin Vorstand der Firma Validas AG und wir sind im Bereich funktionale Sicherheit unterwegs und haben uns auf das Thema Toolqualifizierung spezialisiert. Die Sicherheitsstandards fordern für Werkzeuge, dass sie ihnen vertrauen können. Beispielsweise könnte ja das Werkzeug CTC sagen, dass die Code-Coverage 100% erreicht ist und das ist gar nicht der Fall. Und genau das wollen die Sicherheitsstandards ausschließen und fordern eine Qualifizierung der Werkzeuge, sodass sie sich sicher sein können, dass das, was das Werkzeug ihnen sagt, richtig ist. Die Firma Verifysoft hat einen Qualification-Kit erstellt, den sie für das Werkzeug CTC erwerben können und das hat sie mit uns der Firma Validas getan. Das Qualification-Kit ist kompatibel zu den Standards ISO 26262 und DO 178C. Damit können Sie nachweisen, dass das Werkzeug CTC in Ihrer Umgebung richtig funktioniert und es enthält über 50.000 Testfälle, mit denen das wirklich belegt wird. Die ganzen benötigten Dokumente generiert das Qualification-Kit automatisch dazu.